So, fertig. Zu schnell. So, dann lese ich wieder vor, oder? Ich bin wieder dran. Ja. Buchstabe R, Runde 4 von 5. Mordwaffe, Rad. Eine bewährte Mordwaffe der Römer zur biblischen Zeit. Christenverfolgung. Was war das nochmal, wer hat hier nochmal genau funktioniert? Da wurdest du ans Rad gefesselt und das Rad wurde in Abhang runtergerollt. Ganz einfach. Ach ja, stimmt. Da wurdest du einfach mit Arm und Bein längst ans Wagenrad gekettet und dann gegebenenfalls auch an die Karre dran. Und dann sind die am Pferd. Ja, das war's. Stimmt. Jep. Raspel. Ja gut, Werkzeuge gehen immer. Ja. Raketenwerfer mit Nuklearspringköpfen. Sprennköpfen. Da fehlt ein G. Ja gut. Und dafür ist das G in Geladen noch mit hineingefügt. Ja. Die sind halt aus China, sind billige. Zählt aber. So, Spielzeug im Happy Mail. Nee, ich hab mal wieder eine Figur. Ich hab nur Figuren drin. Remus Lupin. Ja, komm. Remus Lupin. Ja. Ja gut, heutzutage nicht mehr. Rudolf, das Rentier. Ja, zur Weihnachtszeit. Kann wirklich vorkommen. Okay. Vor allem jetzt, dass es auch immer mehr Bücher gibt. Ja, gibt's Bücher. Das geht schon. Hab ich, war ich heute, ich war ja heute bei McDonalds, da hab ich, hab ich's auch wieder gesehen. Wie ist das, eine Buch, das hab ich, das hab ich so toll gefunden. Ähm, wie ist das? Latte der, Latte. Lesen lernen. Latte der Igel. Latte der Igel. Das ist ein sehr schönes Buch. Ja, das heißt wirklich, das heißt wirklich Latte der Igel. Warum? Die gab's wirklich. Und, und, und ein anderes Buch hieß, ich hab's mir gemerkt, weil ich's so, weil ich's so toll fand, Spring in die Pfütze rein. Danke. Ja. What the fuck. Kinderpücher sind so gut. Da kannst du so viel Scheiß schreiben und es verkaufen sich einfach. Latte der Igel und spring in die Pfütze rein. Ja. Hm, das zweite war wahrscheinlich auch ein Name. Ja. So, Raketenauto, hab ich da schon gesagt. Ja. YouTuber. Ja. Wieso, ja, lol, ey. Hm, wir haben wieder knapp aneinander vorbeigedacht. Ja. Ist aber ein anderer Kanal, das zählt. Ja, es geht um die Kanäle, nicht um die Person. Ja. Ja. Ja, und ein weiterer YouTuber ist Ralf Rute. Nein, stimmt nicht. Der Kanal heißt Rute.de. Ja. Und außerdem ist er eigentlich kein YouTuber, sondern Comic-Zeichner, aber... Er macht auch YouTube. Der Kanal heißt eh anders. Wenn du ihn als YouTuber bezeichnest, dann gibt's Ärger von ihm. Nee, gibt's wirklich, der hat das. Der Kanal ist sowieso anders. Okay. So, Pokémon haben wir Radfratz, Robi und das rote Glurak. Rots Glurak, nicht das rote Glurak. Mhm. Es gibt vielleicht auch ein rotes Glurak. Nur das eine. Nein, nein, das Glurak von rot. Also, von dem Trainer. Obwohl, in der Shiny-Form ist es, glaube ich, blau. Nein, schwarz. Aber ich meine das vom Trainer aus den ersten Spielen. Ja. Habt ihr kapiert. Aber nee, komm. Rots Glurak. Ja, komm, zählt nicht. Ja. Kacktein wär gegangen, oder? Ja, auch, ey. Ist mir nicht eingefallen. Nach der zweiten ist es bei mir schon schwammig. Stinkenden Sache. Russlands Seitengassen. Ja. Da kann ich nicht mitsprechen. Da hab ich keine Antwort. Ja. Besoffene Leute, die zu viel Wasser getrunken haben in ihren Seitengassen. Also, immer. Immer. Und überall. Ja. Rauch aus dem extremen Raucherhaushalt haftet an den Knermotten. Kenn ich. Ja, ich auch. Ich bin nicht in einem Raucherhaushalt, aber bei mir in der Wohnung ist es irgendwie durch die Lüftung irgendein Sack über mir, also in der Wohnung über mir. Da raucht ein Senf nur und deshalb stinkt es in meiner Brüder auch noch auch. Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle. Das ist nie so schön. Es ist richtig asozial. Und ich habe solche Nachbarn einmal unten, einmal rechts. Und ich habe das Gefühl, wenn die einmal lüften, zieht der ganze Quallenrauch schön in unsere Wohnung, wenn wir mal die Tür aufmachen. Das Problem hatten wir gestern zum Beispiel. Einmal Tür auf, boah, da geht wieder zu. Ja, asoziale Nachbarn. Tja. Kann man auch bei, kann man sich für A merken. Stinkende Sachen asoziale Nachbarn. So, Rinder, ja. Kinder, die stinken auch. Ja, die Fücher stinken, die ist auch. Die können gewaltig, die stinken. Die Kinder stinken auch. Rinder und Kinder, beide sind sehr stinkig. So, ich habe Beleidigung, Russenschwein und ranziges Arschloch. Ja. Und Nindlein hat R geschrieben. Ich kann nicht weiter. Das kommt aber nur, wenn man wirklich sehr erblich ist. Ja. Gründe für Schulverweis. Ranzen aufgeschnitzt? Ja. Kann schon mal einen Schulverweis für geben. Rum machen und erwischt werden. Ja. Kommt drauf an, was man für Lehrer hat. Kommt drauf an, was man für Lehrer hat. Auf einer christlichen Schule bestimmt. Auf einer christlichen Schule bestimmt. Garantiert. Also auf einer christlichen, jungen Schule. Und wenn man schlechte Lehrer hat, die ein bisschen, wenn man Lehrer über 80 hat, die 50 reicht schon. Ja. Rotstift vom Lehrer mit Romatensaft gefüllt. Ja. Ich kann, gewisse Lehrer würden das nicht als witzig empfinden. Du, da reicht es eigentlich schon, den Rotstift vom Lehrer geklaut zu haben. Oder nur einen Rotstift zu benutzen für deine Arbeiten. Genau das. Ja. Den Rotstift zu benutzen für deine Arbeiten. Das kann schon ein Lehrer so aufputschen, dass du da. Ja. Rotstift benutzen. Das reicht schon. Und dann sagt irgendeine Klasse bestimmt mal, wir werden jetzt einfach alle nur noch alles mit Rot schreiben. Rot, wo 6 nicht so gut ist. Auf der Rennbahn. Das wird eine schnelle Nummer. Mitten auf der Strecke. Mitten auf der Strecke. Ja gut, außer es ist halt gerade kein Rennen. Dann wird das bestimmt manchen Leuten Spaß machen. Ja. In der Rumpelkammer ist es auch noch nicht kreiswürf. Nicht sehr so schön. Nicht optimal. In der russischen Wildnis. Ja. Außer für Russen in der Wildnis. In Sibirien. Im tiefsten Winter. Ja. Scheidungsgrund. Trink zurückgeben. Ja. Das ist wirklich rote Karte. Einfach zurück zum Laden bringen. Einfach den Ring mal zurück. Das Geld zurück haben wollen. Das ist so ein rotes Tuch. Das könnte schon eigentlich für Todesgrund zählen. Das könnte eigentlich für Todesgrund zählen. Ja, das ist so ein rotes Tuch. Ja, das ist so ein rotes Tuch. Rücken als Softbrett genutzt. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Jemand liegt auf dem Boden, der Partner stellt sich dann auf den Rücken und knackt. Autsch. Das klingt weniger nach Schleidungsgrund als nach dem Sex. Das sind einfach Todesurteile, alle. Rote Bete, Saft auf Abendkleid getropft, das kann auch ein Todesurteil sein. Oh Gott. Oh Gott. Wir schreiben hier Todesurteile auf. Ja, irgendwie schon. Falsches Kapitel. Ja. Wahlsprüche der AfD. Russenschweine raus. Ja. Kommt vor. Und rechts ist unser Recht. Modi jetzt drauf. Und dann die Folter-Methoden reanimieren, bis er dampft. Und 3, 2, 1. Ach so, ich hab mir vorgestellt, die drücken einfach so lange auf den Brustkorb, bis er dampft. Nee, mit diesen Enex-Rudingern, bis er dampft. So, und 3, 2, 1. Wegtreten. Meins ignorieren. Ja. Richtig fett in die Fresse geschissen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die da aufstehen. Ja. Aber nicht diese Person. Nein. Das kann man als Folter wie auch als Amüsant-Schaft-Titel machen. Mhm. So. Nächste Runde. Die wievielte wären das jetzt schon? Die fünfte, letzte Runde. Mit V. Ja. Ach, Scheiße. Oh Gott, warum gibt's immer nur Katastrophen-Dinger? Mir fällt grad nicht mal ein... Mir fällt grad nicht mal ein Pokémon und V ein. Wird das mit V geschrieben? Ich muss mal kurz googeln. Ja, es wird mit V geschrieben. Ja, es wird mit V geschrieben. Fertig. Ach, nein. Ich hab's gut wie nix. Also sehr schwer. Das ist wirklich sehr schwer. Wer muss vorlesen? Äh, du bist dran, Mordi. Äh, okay. Dann haben wir einmal Mordwaffe. Nichts. Dann Vasensplitter. Okay. Oh ja, das... Das geht. Ja, das geht. Und dann haben wir einmal fetter Bertram mit seiner Shotgun. Der so dumm ist, dass er selbst die Waffe ist. Ja. Manche Menschen sind auch eine Waffe. Manche... Ja. Okay, dann haben wir als Spielzeug im Happy Meal einmal nichts. Ja, sorry. Es ist V. Es war das Buchstaben. Ja, dann Vogelkot. Okay. Und vier einzelne Legosteine. Und zwar diese 1x1-Steine. Das sind aber sechs einzelne Legosteine. Weil V, I groß geschrieben. Sechser einzelne Legosteine. Gut. Ich hab hier vielleicht ein bisschen Probleme mit meiner... Äh, Schiften. Gut. Dann haben wir YouTuber einmal nichts. Dann einmal nichts. Und dann einmal diesen V-Skills, der irgendwann mal bei Unge im Stream war. Oder so. Kenn ich nicht. Keine Ahnung, der Name ist mir einfach eingefallen. Bei Unge im Stream war. Deshalb kenn ich den nicht. Das ist halt... Ja gut, ich guck den halt jeden Tag. Also von daher... Ich guck halt auch Unge nicht. Ich guck halt... Ja. Solltest du anfangen, da lernt man viel. Ja. Finde ich nicht so toll. Ich bin auch geil Fan von Unge. Nee. Ich finde das eigentlich ganz nett. Mittlerweile. Okay, dann haben wir einmal Pokémon. Wer? Lursi? Ja, das ist tatsächlich ein Pokémon. Okay, da muss ich jetzt kurz mal googeln. Es ist, glaube ich, die Vorentwicklung von... Wie heißt der? Ähm. Ich glaube, das ist dieser kleine, pinke Bär, ne? Ja. Das ist der kleine Bär, das ist so ein kleiner... Das ist der kleine, pinke Bär. Ja. Der sich dann in diesen riesigen, fetten Penissen entwickelt. Der weiß, wie ein großes, pinke Bär. Ja. Der aussieht wie ein Penis. Kostorso heißt die Weiterentwicklung, wo ich richtig in Ahnung habe. Ja, und das Vieh sieht immer noch aus wie ein riesiger Penis. Ja. Okay, dann haben wir einmal Voltilem, das zählt. Und einmal... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist so eine Pflanze... Das ist so eine Pflanze. Das ist so eine Pflanze, so eine Giftpflanze, so eine... Nicht, gell, Giftpflanze. Das ist richtig geschrieben. Ja. Stimmt. Überraschend. Okay, stinkende Sachen. Einmal nichts. Ja. Sorry. Dann... Viehschiss von Wiederkäuer. Okay. Und vergammeltes Essen. Ja. Stinkt. Gut. Beleidigung. Einmal nichts. Dann ein Verräter. Und einmal viel zu fettes Schweiß. Blöder Hähnundreißiger. Ein Verräter. Okay, Gründe für Schulverweis. Einmal nichts. Dann Vogelscheiß aufs Auto des Lehrers oder Direktauss schmieren. Okay. Und dann einmal verdammt häufig sechsten geschrieben, so dass du von der Schule fliegst und in die Sonderschule geschmissen wirst. Ja. Wunderbar. Okay, Ort, wo Sex nicht gut ist. Vierte Klasse im Unterricht. Innen oder auf einem Vogelhaus. Und dann um Viertel vor zehn auf dem Minutenzeiger der Kirchtum-Uhr. Uh. Au. Die sind ziemlich spitz. Die Kirchtum-Uhr-Zeiger. Vor allem wenn die Minute rum ist, dann hältst du einfach runter. Ja. Die brechen auch nicht so leicht ab. Also ich glaube, die sind ziemlich zäh und ziemlich fest aus Stahl und ziemlich spitz. Also damit könnte schon fast als Mordwaffe, kennst du schon Kirchtum-Uhrzeiger ins Mordwaffe durchgehen lassen. Das ist... Bestimmt. Ja, aber da musst du auf die Minute genau hantieren. Das heißt, eine Minute zu spät und du fliegst da runter. Ja, manche kriegen das ja gut hin auf die Minute. Dann Scheidungsgrund, Videos von Bibi in der Badewanne schauen, geht. Ja. Vogel seinen Partner bevorzugen. Was? Okay. Was? Was? Ja. Ja? Kein Kommentar. Kein Kommentar? Okay. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Mit dem Vogel oder was? Ja. Es gibt ja welche, die bevorzugen ihren Vogel. So ein Rotkirchen kann schon ziemlich sexy sein. Für manche. Da redet jemand aus Erfahrung. Bestimmt. Okay, und dann haben wir einmal vergessen, wann der Hochzeitstag war und in die Bar gegangen zum Saufen. Ui. Todesunter. Todesunter. Modi, pass auf, schlechter Witz. Mit Vögeln kann man eben gut vögeln. Wow. Klar. Oh, nee. Schade, dass ich jetzt kein offenes Fenster da hab. Und der letzte Frostschmeißen oder was? Ganz genau. Okay, dann Wahlsprüche. 4 vor 8, jetzt wird zurückgeschossen. Ja. Jetzt wird zurückgeschossen. Und das andere, ja. Fake News, man hat Fake News vergoltern. Okay. Okay. Ernst. Okay, dann die Foltermethoden. Einmal wäre-entwen-Videos. Okay. Ja, das kann schon... Macht die überhaupt noch irgendwas? Ja, die macht Videos, die macht auf YouTube, glaube ich, jetzt Videos. Die zeigt sich von ihren Urlaub... Die macht Urlaubsfotos und Urlaubsvideos. Auf Instagram hab ich mal das Video gesehen, wo sie sich am Strand auf einer Liege gefilmt hat. Und dann... Okay. Das ist voll toll. Du bist wahrscheinlich auch eine von den Personen, die das eine Bild vom Wendler gesehen hat, oder? Welches? Das Penisbild. Nee, das nicht. Das nicht, aber... Nee, das nicht. Ich kenne das Musikvideo, das wunderschöne. Das wunderschöne Musikvideo mit dem hier... Was der Böhmermann immer als Zwischensequenz benutzt, dieses... Ja. Dieses EGAL. EGAL. Okay, dann haben wir Wehen durchtrennen und so zuhalten. Ja. Okay. Ja. Ja. So ein langsames Verbluten. Ein langsames Verrecken. Und dann Verbrennungen zweiten Grades hinzufügen und die Kühlung verwärmen. Hm. Hm. Auf zwei Arten fies. Das weiß ich. Okay. Gesamte Ergebnisse. So, schauen wir mal, wer gewonnen hat. Oh, hey. Ich bin zweiter. Ich bin immerhin zweiter. Nice. Ja, das hat ja jetzt eine Stunde gedauert. Das hat ja jetzt... Ich glaube, nächstes Mal... Das hat fast eineinhalb Stunden gedauert. Nächstes Mal machen wir nur drei oder zwei Runden. Das ist jetzt dadurch, dass wir es alles vorgelesen haben. Ja. Oder du den Leuten ins Wort gefallen wirst, weil du immer was zu erzählen hast. Mhm. Da siehst du, jetzt kommt nix. Jetzt kommt nix. Er wollte dich nur ausreden lassen. Auf einmal. Swing for Slap the Game. So. Gut. Dann war mal wieder toll. Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Soll es gefallen haben. Lass ein Abo da. Dort bin ich den anderen vorbei und... Man sieht sich. Wollt ihr noch was sagen? Nö. No. Bis zum nächsten Mal. Also wie immer. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.